Mal gucken was bei rumkommt Ja Hast du gerade erst angefangen? Jaja, du kannst auch noch eins anmelden auf jeden Fall Dann versuch ich mal die Buki, weil du ja so nett so Bock auf Hightiers hast Ah, die Amagi können wir da noch spielen Also muss ich da noch spielen Ja, T8 können wir auf jeden Fall machen irgendwie Ich meine Tirpitz oder so Steht ja nur noch Nur 1-1, das ist ja komisch Ich dachte das geht jetzt hier so weiter Krass, nach sieben Minuten 1-1 England gegen Island Aber wenn die Engländer auch treffen Dann geht das auf jeden Fall irgendwie Hoch aus Also ich meine im einen Tippspiel, wo ich mitmache Bei uns die Siedlungsinternen, da habe ich auf jeden Fall Auf Elfmeterschießloten getippt Und da verliert England ja bekanntermaßen Ich gehöre, das ist gesetzlich so festgeschritten Auf Elfmeterschießloten Auf Elfmeterschießloten Ja, die haben noch nie ein Elfmeterschießen Also seit etlichen Jahren Kein Elfmeterschießen mehr, gell In einem K.O. Weltbewerb gewonnen Auf Elfmeterschießloten Auf Elfmeterschießloten Auf Elfmeterschießloten Ich meine irgendwann reißt der ja eigentlich jede Serie Aber Die hält schon lange an Das ist richtig Oh, einer hat zu Haru Machst halt auch nichts verkehrt Wenn du ähm Quasi Darauf wettest, dass sie gewinnen Gruppe 4, kehren zurück Gruppe 5, kehren zurück zum Schiff Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss Schade, die hätte ich haben können auf jeden Fall So habe ich sie nur beschädigt Schade Gruppe 3, warte auf Anweisungen Autopilot aktiviert Gruppe 2, warte auf Anweisungen Ende Gruppe 3, warte auf Anweisungen Gruppe 3, warte auf Anweisungen Hm, der spielt 1-1-1, okay Der fliegt als erstes nur in New Orleans an Ich glaube der hat noch nicht so lange seinen Carrier gespielt Und Auto droppt die New Orleans Die auch noch in den Tor pfährt wahrscheinlich Was ist hier los? Hä, jetzt drafter? Was macht der? Es verwirrt mich mega, was der Typ hier spielt Gruppe 2, sind unter Beschuss Sehr irritierend Ist das hier eine Standard-Naufkann? Jo, mit A-Rumpf I'll take it Hier ist eine Hatsu, die glaubt, dass sie im Smoke ist Wow Alles sehr gut, was hier passiert Gruppe 3, warte auf Anweisungen Ende Gruppe 3, warte auf Anweisungen Ende Ende Gruppe 3, warte auf Anweisungen Warum tötet unsere Mogami denn die Hatsu nicht einfach? Ich hab die so schön gespottet die ganze Zeit Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss Aber ich weiß, mein Konzil und gar nicht mehr mit der E-Baruki Weißt du das noch mit 15? 9, irgendwas Okay Gruppe 4, greifen Gegner an Gruppe 4, kehren zurück Gruppe 4, zerstört Gruppe 5, sind unter Beschuss Nordkann, selbst mit A-Rumpf ist sie so abartig Gruppe 2, bereit 2, 1 Für Island, ich glaub's nicht Wie kann man das denn nicht hinbekommen? Oh man, nice, ja Gruppe 5, zerstört Ach damn you, Nordkann Natürlich mussten sie dich noch weiter verbessern Gruppe 4, startklar Gruppe 3, mach mal Alter, was sind denn das für ein Isländer, die sind ja so krank ey Das ist voll geil für die Also es würd mich richtig freuen Wenn die noch weiter kommen würden Gruppe 7, in der Luft Gruppe 5, bereit Gruppe 2, Mörder auf Anweisungen, Ende Ja, hier muss ich nicht mehr strafen gegen den Menschen Ja, hier muss ich nicht mehr strafen gegen den Menschen Ich brauche Feuerunterstation Gruppe 5, behalte der derzeitigen Kurs bei Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss Ach, da ist die andere Nordkann Irgendeine Mücke zersticht mich hier nebenbei, man Ist eigentlich nicht in Ordnung mit euch Viechern Gruppe 4, greißen Gegner an Shit, das war ein Kackdruck Gruppe 2, sind unter Beschuss Gruppe 4, kehren zurück zum Schiff Gruppe 3, Ziel zerstört Gruppe 2, Wörter auf Anweisungen Gruppe 3, Wörter auf Anweisungen, Ende Gruppe 2, kehren zurück zum Schiff Gruppe 3, kehren zurück Ach 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 ja, man merkt schon, wenn man eine Woche keinen Carrier mehr gespielt hat Gruppe 5, kehren zurück, Gruppe 5, kehren zurück zum Schiff Gruppe 5, kehren zurück, kehren zurück zum Schiff Autopilot aktiviert Eigentlich sind das alles so sichere Snacks Gruppe 4, start klar Bitte keine Ehrenrunde fliegen Autopombe Gruppe 3, start klar Gruppe 2, bereit Gruppe 4, in der Luft Gruppe 5, bereit Gruppe 3, in der Luft Gruppe 3, in der Luft Gruppe 5, bereit Gruppe 3, in der Luft Gruppe 2, erhalte dirzeitigen Kurs bei Gruppe 5, behalte der derzeitigen Kurs bei. Mal schauen. Unser Team hat die Führung übernommen. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, greißen Gegner an. Hm, der Drop war ein bisschen besser, Dennis. Kehren zurück. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 5, nähern uns Ziel. Gruppe 5, gehung uns durchdruft. Hier ist Lucky. Unser Team hat die Führung übernommen. Davon muss jetzt leider unsere Hipper sterben. Gruppe 2, Ziel zerstört. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ende. So, wo ist denn die Benson? Ich finde es gut, dass ich mittlerweile schon gar nicht mehr drüber nachdenke, ob ich Battleships angreifen soll. Es ist einfach so los geworden. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Gruppe sind bereit. Gruppe 3, sind unter Beschuss. Gruppe 5, behalte der derzeitigen Kurs bei. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 4, greifen Gegner an. So, nicht weit genug vorgehalten. Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 4, kehren zurück. Gruppe 2, sind unter Beschuss. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 4, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 2, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 3, nähern uns dem Ziel. Gruppe 3, ziel zerstört. Gruppe 3, sind unter Beschuss. Gruppe 3, ziel zerstört. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, startklar. Jetzt stehe ich einigermaßen safe eigentlich. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, die Benz kommt doch nicht zu mir. Alter, wie können wir das denn jetzt verlieren? Ich verstehe es nicht. Das ist eine Frage, die ich mir so häufig stelle. Fuck. Ich glaube, wir gewinnen gerade auch für die Situation, die gerade super eigenartig ist. Gruppe 2, startklar. Also wir sind in Relation zu da, wo der Gegner ist. Das ist sehr, sehr eigenartig. Gruppe 4, sind unter Beschuss. Gruppe 2, in der Luft. Wie kann ich spottet werden? Wtf? Ich verstehe es nicht. Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss. Unser Sieg ist in Sicht. Scheiße Anflug, Dennis. Gruppe 4, Kruppe 5, sind unter Beschuss. Gruppe 4, kehren zurück. Und flooding auf den North Carolina. Enjoy. Gruppe 4, sind unter Beschuss. Gruppe 3, behalte dir zeitigen Kurs bei. Hm, jetzt brennt er auch noch mit seiner North Carolina. Ich glaube, das war es für ihn. Korrekt. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 4, startklar. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Ja, ich bin noch drin. Ende. Gruppe 4, in der Luft. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ich muss noch auf Zeit warten. Gewonnen haben wir schon. Beide vier zeitigen Kurs bei. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Du, du, du. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ja, Benson, egal was du machst, du wirst sogar noch drauf gehen. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Aber er hat sich noch den Solo Cap geholt. Gut für ihn. Gefecht endet in 5 Minuten. Hm. Gruppe 4, reißen Gegner an. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Okay, wo ist der hingefahren? Ich will sagen. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Da außen wohl. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Hat er nicht schlecht gemacht. Er hat aber nichts daran, dass er verloren hat. Und hey, wir hatten mal Norden ohne Zyklon. Gibt's auch nicht so häufig.